Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Karbin. Und wir sind heute dran mit Base aufwerten. Drop your base. Dazu brauche ich Cement. Kalkstein brauche ich dafür, ne? Wenn ich mich schon an Sachen erinnern kann, dann ist es Kalkstein. Und wir brauchen viele Kalkstein. Aber dazu kommen wir gleich. Sag mal, wenn ich jetzt das Vore-Nest nicht aufwerte, sondern entleere, muss ich da jedes Mal neu das Fleisch reinschmeißen? Ich glaube nicht, oder? Ich lasse erstmal das Fleisch hier, äh... Ich soll die untere Kiste hier oben hinbringen. Was habe ich denn da unten drin? Take all. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir stellen die Kiste hier oben hin, weil wir Brutzen und so machen wir ja eh hier oben, wisst ihr? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Das machen wir so. So, warte mal, bevor wir... Hey, wir haben Besuch. Und? Schawupp. Schawupp. Cool. Ich mag meine Feilen. Äh... Aber wie gesagt, ich bin daran, äh, noch an Überlegen wegen Ausbau und so. Es ist, äh... Entweder machen wir das so wirklich so zigzag-mäßig und dann können wir ja trotzdem hier, wie gesagt, zubauen. Ich kann das mit Fenstern machen. Und dann kicken wir eben halt so von oben runter und dann schießen wir rin. Das ist alles machbar. So, warte mal. Ich werde jetzt das auch noch rinschmeißen. Und dann holen wir schnell noch die Kiste unten hoch. Dann ist das nämlich auch gut. Äh, so nicht? Freundchen, so nicht? So. So ist es schön. So. Gut, dann stellen wir die nächste Kiste genau daneben hin und dann ist es gut. Äh, nee, Feier wollen wir nicht. I'm bringing you hell. Feier. Dö, dö, dö. So. Das sieht doch fast gerade aus. Ja, doch. Das sieht fast gerade aus. Hätte einen Millimeter da hinten gemisst, aber... Es ist schon nicht schlecht. So. Upgrading. Sag mal, wie sieht es denn hier mit Upgrading aus? Bretter und Seiler. Und Nägel. Gleich. Wir sind gleich weiter. Äh, hatte ich nicht noch eine Seile gehabt. Ich wollte gerade sagen. Äh, Seiler. Jetzt fehlen uns noch ein paar Bretter. Ich weiß zwar nicht, warum wir beim, äh, Feuer oben denn auf immer Bretter brauchen. Aber das ist ja erst mal egal. Egal, 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 egal. Das ist wieder alles egal. Oder so. Ah, heiß, heiß. So. Nee, das ist das Falsche. Gut, können wir gleich mal unsere neue, schöne, super... ...duper Axt, die das Jani ist, weil ich hab ja die Picke auch gewertet. Na ja. Ich hab so überlegt, vielleicht sollten wir noch mal so eine kleine Falle am Haus da hinten hinbauen. Weil wie gesagt, da sind ja immer keine hier unterwegs. Hm. Das könnten wir tun. Weil, wie gesagt, wir brauchen das Zeug ja alles. Unsere... Um unsere Waffen aufzuwerten. So. Oh, was ist denn da? Gehe, schenke. Na, das nehmen wir doch dankend an. So, das ist falsch. Ich muss ja hier an diesen Tisch ran. So. Natürlich hab ich jetzt keinen Platz mehr. Jetzt spüren. Gut, wartet mal. Ich kann ja ein bisschen die Ditte, weil ich brauch ja so oder so Energie. So. Vier Bretter. Hab ich. Machen wir schnell das Feuer und dann können wir... ...endlich anfangen... ...unse Base auf Stein aufzuwerten. Jetzt brauch ich auf jeden Fall Platten oder was? Was ist denn die Ditte? Gut. Hab ich wahrscheinlich davor auch gebraucht. Sag mal, nee. Ich brauch noch mehr Nähe. Das reicht nicht. Gut. Dann haben wir hier... Ey, ich soll mir erst mal angewöhnen, unsere Nähe hier unten zu verbrauchen. Äh. Gut. Platten. Hab ich. Nee, erst mal upgraden. Und upgraden. Tada. Jetzt mit Grillfläche. Ich kann das noch mal aufwerten. Komm. Das machen wir auch. Wenn wir das schon soweit sind. Äh. Knochen. Das brauch ich jetzt nicht. Und dann brauchen wir eh mal Ditte. Äh. Eisen können wir später einschmelzen. Wenn's soweit ist. Upgrading. Oh. Es fehlt uns da eh, ne. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hier haben wir noch ehens wie Platten drinne. Na? Achso. Wie bloß so Stacks mäßig. Na, dit ist ja blöd. Aber warte mal. Ich kann mir doch so eine selbst herstellen. Was kostet denn mir, Ditte? Felsblöcken. Äh, Blöcke. Felsblöcke. Hab ich denn so was überhaupt noch da? Eisen. Felsblöcke. Ist doch alle da. Junge. Mach mal hier keinen Stress. Warte mal. Ich mach erst mal das Essen hierin. Ist wahrscheinlich besser. Für das Inventar. So, dann mach ich das da rin. Dann mach ich das da rin. Und wisst ihr was? Hier, die Größe mach ich da auch rin. Und das Leder. Denn weißt ich nämlich, wo das ist. Jo. Knöscheln. Das kann da rin. Das kann da rin. Das kann ich da rin machen. Äh. Ich sollte mal ganz einfach auch meine Arcade rausschmeißen. Ene reicht doch, oder? Kabin. So. Gut. Ene hat uns gewählt. Das kriegen wir doch hin. Ich hab doch Felsblöcke eingesteckt. Ich hab doch grad Felsblöcke gehabt. Hab ich gedacht. Ach da. Ne, das hat nicht drin gepasst. Inventar voll. So war die Wesen. Ja, ja, ja. Ich weiß es. Kann sich nur um Standen handeln. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, äh, wir wollten ja eigentlich die Base aufwerten. Tun wir ja eigentlich. Wenn wir so nehmen. Ja. Eigentlich tun wir das ja. Ah, das sieht doch cool aus, oder? Das kann ich bitte machen. Da kommt noch... Ach, Beck! Ich hab Hunger. So. Was brauch ich denn eigentlich überhaupt zum aufwerten? Erstmal brauch ich Zement, ne? Zement, da brauch ich. Nischt hab ich halt da. Da brauch ich auch, weil er denn, äh, wie gesagt, Kalkteile. Äh, ist das schön, schön ist das auf der Welt zu sein. Äh, wie kann ich denn das da... Erstmal muss ich das reparieren. So. Upgrading. Ja, ne, ist klar. Gut, ich geh nochmal hoch. Woher soll ich denn das wissen? So. Zielsteine. Alter, dann brauchen wir ja... Boah, Alter, dann muss ich mir ja extrem für die Zielsteine machen, oder? Das ist... Gut. Das könnte ein Problem werden. Obwohl, ich hab ja unsere Pick-Off gewertet. Alles kein Problem. So. Upgrading. Und das hab ich mir gedacht. Das ist genau wo nicht, was ich meinte. Ich bin zu langsam. Und da waren keine Geld. Und es ist weg. Dich krieg ich, Junge. Meister Löffel. Meister Löffel. Wenn ich was kann, mit dem Bogen schießen. Jahrelange Seven-Days-Erfahrung. Das heißt, ich kann, ich kann auch meine Axt aufwerten. Schön. Das funktioniert doch noch was. Gut. Ich werde dann das nächste Fälchen, werde ich denn da unten am Haus bauen. Ich glaube, das ist besser. Gut. Das ist jetzt so blöd, dass ich... Okay. Das kann ich jetzt nicht mehr aufwerten. Und zu viel nach Steine. Gut. Sag mal, kann ich das... Warte mal. Was kostet mir denn die nächste Stufe? Stahl. Stahl. Es fällt von Stahl. Entschuldigung. Äh. Picke. Picke, tue deines Amtes. Ich hoffe, dass er wirklich jetzt so schnell geht. Dann ist auch noch ein Eisenblock. Ein Blob. Ein Eisenblob. Also, ich merke da irgendwie nicht so den großen Unterschied. Also, die Schwindung... Schwindigkeitstechnisch mäßig. Hey, ich hab Kupa gekriegt. Kupa, Kabana. So. Na? Überrasch uns. Kalk stehen da schön. Felsbrockensteine und Schwarzpüffer. Gut. Knut. So, dein... De, 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 de... De... Gut, ich mach erst mal den Baum weg. Bitte hacke. Äh, spicke mein Dick. Geht auch? Es geht auch? Ja. Na, komm. Eisenerz, Eisenstücke und... Nischt. Und nischt. Aber von der Menge her ist das schon besser. So. Kann ich doch eigentlich jetzt machen. Hab ich jetzt, äh... Wisst du wat? Wir gehen jetzt nach oben. Äh, nehmen unsere ganzen Samen. Und, äh... So, was ist da schon mal drinne? Ich glaube, das bringt hier an Haufseanisch, wa? Es sieht schön aus. Äh. Achso. Samen. Wir haben hier nämlich noch ein paar Samen. Samen. Dann brauche ich da unten nämlich zwei Fallen hin. Und da müssten wir doch eigentlich hoch... Äh... Leder und so bekommen. Ich glaube, ja. So. Ziegelsteine. Da brauche ich diese... Äh... Ich brauche so alle Äste, wa? Hey, ganze zwei Stück. Hat sich richtig hier lohnt. Gut, ich kann die nächste Stufe aufwerten. Ach, Mensch. Gut, will ich nochmal hoch? Ich will nämlich wissen, wie das aussehen tut mit dem Stahl. Tatsache! Da war Krähe und hat Kra-Kra und jetzt sind da Eier drinne. Ist ja geil. Ich mag das. Da haben sich Leute was gedacht dabei. Was haben sie sich dabei gedacht, wa? So. Wo hat die jetzt den Stahl hingeschmissen? Ja. Stahl. Stahl ist, äh... Am Schlüssel. Oh, wie das auch heißt. So. Upgrading. So. Und jetzt, wenn ich das da jetzt auf... Äh... Eisen aufwärte. Ist das denn so... Ach, Nägel. Gut, jetzt haben wir keine Nägel mehr. Ich... Machen wir später. Ich bin zu langsam. Eindeutig zu langsam. Ich war so geschockt, ein Hase vor der Haustür. Schon wieder mal. Wo ist er denn jetzt, olle Lange Löffel? Hä? Wird kein saubern. Ach, jetzt ist er da. Äh, manchmal die, äh... Grise, Flimmer, Euge. Ist er da hinterm Baum? Da ist er. Es war da. Och, Mann. Da ist jetzt ein Wolf. Du willst mich verarschen. Kein Problem. Ist mir jetzt egal. Komm her. Komm her. Komm her. Du hast mir meinen Kanickel versaut. Das tust du nicht nochmal. Jut, dann mach ich mal einfach hier. Wo ich die hinbaue, ist doch eigentlich egal, oder? Ich geh erstmal davon aus, ja. Jut, kann ich bauen. Dann mach ich das hier hin. Und hier drüben stelle ich auch hin hin. Weil hier ist es ja auch lang gerandet, na, Nickel. So. Jut. Zwei weitere Fallen. Die Möglichkeiten steigen. Ja. So ist es. So, jetzt bin ich gespannt. Überrasche er mich. Upgrading. Nägel. Stimmt. Nägel. Es fehlen immer noch Nägel. Das sieht auch okay aus, wa? Tanzfläche. Mir war danach. So. Gut. Dann machen wir uns im Teil noch ein paar Nägel. Ich sag mal so, Material haben wir hier noch. Erstmal. Nur wenn ich runterspringen. Ich muss die zweite Etage auch irgendwann mal fertig machen. Irgendwann. So. Ich bin interessiert, wie das aussieht. Äh, gespannt meint ich. gut. Die zweite Etage. Ich bin jetzt immer noch nicht durchrennen, aber man kann durchgucken. Aber ich bezweifle, dass du da durchschießen kannst. Wir machen mal einen Test. Test of example. Könnte ich jetzt da durchschießen? Nope Das ist dumm Das ist riesengroße Kacker Gut Bringt uns jetzt erstmal nicht weiter Das bringt uns jetzt erstmal nicht weiter So, Eier Schön Nee, ich brauch bloß Körner rin schmeißen Cool Ich mag es jetzt schon Aber ich mag wirklich, gesagt, ziemlich alles Hier am Spiel bis jetzt Es gefällt mir Und zwar sehr, 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 sehr doll Ja, ja Kann ich nicht die Tür schon aufwerten? Cool, wert Nee, jetzt fehlen mir die Steine Ach, und so fehlen mir Das heißt, wir müssen Äh Demnächst sehr, sehr viele Steine Farben Aber warte mal Ich möchte jetzt auch erstmal Den Bogen eh mal in jedem Er hat's verdient Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist Ach, da ist er So Hat er der Baseballschläger Na gut, da brauch ich denn nochmal ein Kaninchen Aber der hat doch schon Was hat er denn denn? 30? 75? Oh Mann Ich wollte doch auch hier Axt Hatt ich nicht zu viel Kaninchen gehabt? Nee Das Ene war ein Traum Gut Äh Könntest du mal bitte Danke So Die Falle ist noch oben Die werde ich denn auch mal schnell Will er auch stellen Ich finde dich Kaninchen Vor allen Dingen Wie ist denn das jetzt Wenn wir denn hier So So Ehenzwee Kaninchen hier weg Machen Sind die alle weg? Muss ich mich denn Jedemal auslocken? Da ist nischt Da drüben hat er wohl Einen Fuchs Nee Ich wollte gerade sagen Fuchs erledigt Hau ab von meiner Falle Das ist ne Kaninchenfalle Du Fuchs So Der war irgendwo hier Ich würde auch in Ach, wisst ihr was Wir machen jetzt erstmal Hier ein bisschen Stein Farben Wenn Kanicke ist Und meine Reflexe Dazulassen Kriegen wir es schon Erstmal die Base Und ich brauche ein paar Felsblöcher Wie gesagt Ich glaube ich sollte Dann wirklich mal Offlane machen Dass ich hier Keine Ahnung Aber dann Ach, nenn die Splöte Weil dann ist Will er Horde Und so Die ja eh bald ist Die Fünfte Bin gespannt Ich sollte noch Eens Wie fallen Warum war Du störst mich Bei der Arbeit Besser ist it Nochmal Willst du es nochmal Geklärt haben Es funktioniert auch damit Ist wahrscheinlich Nicht so gut Ich glaube der hat mir Den Felsbauten Gekostet Der Penner So Dann machen wir Das noch weg Also ich merke Jetzt nicht Den großen Unterschied Ist aber auch Nicht so schlimm Also ist schon schlimm Aber ist jetzt Nicht so Sagen würde Ich bin gespannt Was ich aus diesem Block da rauskriege Felsbrocken Kleine Steine Äh Kalkstein Kleine Steine Safe game So Und jetzt überrascht uns Ich will da jetzt Ganz ganz viele Äh Eisen Und Kuppa Haben Und so ne Bei der Größe Muss da einige Drinnen sein Äh Okay Es war Kuppa Drinnen Aber jetzt sind ich Die Menge Die ich erhofft hab Und sehr sehr Kräftezehrendes Spiel Aber das tun wir schon Sag mal Was kann ich Äh Was brauche ich denn Für die nächste Tickenstufe Weil wir brauchen Jetzt doch eh Mehr Stein Als Äh Holz Und wie gesagt Wir können ja Mining Und so Können wir ja Auch noch Skillen Und das ist ja Auch möglich Sag mal Was haben die denn Überhaupt Wir haben doch schon Willa 40 Forschungspapier Reicht das Sohn 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 Gut Das nächste ist ab 50 Dein Holzhacken Auch 50 Also rein theoretisch Müssen wir jetzt Ein bisschen mehr Bekommen Oder beziehungsweise Ach Schubelanfuchs Es ist Deprimierend Ich lasse dich Jetzt aus Die Meinheit Drinnen Kannst du schon Mal nachdenken Wieso Blöde Vieh Sohn Stein Test On Oder Erstmal Eisen Naja Das war klar Irgendwann Muss Mal Das Mal Skillen Da ist gleich Ein Kalkstein So wie Das aussieht Ja Ist okay Ich bin ja auch Ich hab doch Hier noch Blätter Da Wird heißt Hier noch Blätter Äh Wir haben ja Eben zwei Blätter Ihr könnt ja eigentlich Uns ein paar Blätter Besorgen Gut Rennen da auch noch Rinnen Dann lasse ich die da Drinnen Und dann ist es gut Haben wir erstmal Unsere Ruhe Ich hätte mal Das Nest Weiter hinten Setzen sollen Wenn hier zur Horde Ist Wir wissen ja Mit dem Licht Und so Die Zombies Die mögen Das nicht so ganz Jo Mache Er noch Ein paar Steinchen Zehn Stück Krass Das hilft uns Erstmal ein bisschen Weiter Willa Entschuldigung Upgrading Oh Okay Moment Ich muss mal kurz Mal richtig Reuss Wannen Oh Alter Der Husten Der ist so Kacke Äh Gut Ich könnte aber auch Erstmal unsere Wände Upwerten Aber warum Auch Erstmal den Weg Die sollen Schön hier lang Rennen können Oh Das war es schon Wie gesagt Das wird ganz schön Teuer Es wird teuer Sehr sehr teuer Aber auch Sehr sehr schön Wie man sieht Aber die Fallen können wir Nicht Upwerten Nö Es geht nicht So Äh Ich bräuchte eigentlich Auch für die Horde Die nächsten Fallen Ich würde gerne mal So eine Sense machen Würden mir bloß noch Seile und dieser Äh Diese Fallmaschine fehlen Fallmaschine Müsste doch eigentlich Machbar sein Eine Fallmaschine Ist lustig Eine Fallmaschine Die ist schön Ja da rollen denn die Köpfe Reinse So Kuppakabel Ist ganz gut Ich kann ja jetzt Oh Kuppa Will er machen Äh Pfff Alter Die fliegen hier rum Das ist ja Krass So warte mal Ich bruchte da Alter Das macht mir jetzt schon Spaß Äh Wollte ich nicht eigentlich Hochgucken Äh Nächste Stufe Ja ja Wollte ich kicken Kommt auch noch Machen wir gleich Aber erstmal Man schickt noch Eine Falle hinstellen Äh So Das habe ich Nee Nee Seile brauchte ich noch Ach was soll's So Wir haben's Wir haben's Ja So Was brauche ich denn jetzt Für die nächste Stufe Für Picke Äh Wildschwein Und Sperling Feder Und Sperling Knochen Wo soll ich denn die herkriegen Vor allen Dingen Was ist hier ein Sperling Hey Eier Okay Gut Sperling Da sperre ich mal kurz Hier habe ich auch noch ein paar Steine Gut ist nicht so schlimm Das nehme ich erstmal an mich Eisenbahren Eisenbahren Entschuldigung So Eisenbahren Waren Hier Yay Yay Achso Hä Ich hab doch Platz Es verwirkt mich das Spiel Es verwirkt mich das Spiel Gut Äh Es ist so wie das Ach seine Ich brauche noch ein paar Seine mehr Äh Aber das ist alles kein Problem Ich hab ja jetzt so ein paar Ranken geflippt Und ein bisschen Stoff haben wir ja auch noch Alles gut Ich glaube ich hab ja jetzt fast alles zusammen Mir fehlt bloß noch ein Motor Und dann kann ich zweimal Pfeilen bauen Das sieht aus wie ein Sperling Diep Es tut mir leid Ich muss das ja machen Das Spiel will das ja so Der arme Cheep Cheep Spiel Warum tust du mir das an Sperling Yep Jetzt sind die kleinen zierlichen Piepmetze Naja Wer hätt's gedacht Das niedlichste Das putzigste Muss hier weg Das arme Viech Ich fühl mich jetzt richtig schlecht So Na gut Dann werden sie gleich hier mal begrüßt Erstmal da Füße perforiert Hier dann erstmal die Haare geschnitten Und hier werden sie rumgeschubst Das ist ganz dreckig Reloaded So und die nächste Falle Ich kann sie ja noch zwei Stück bauen Oder? Also eigentlich müssten die ja Äh Immer so einen Block Ey ne Das kann ich ja nicht hinhauen Gut Äh Was könnte ich denn als nächstes bauen? Aber so ein Schredder wäre auch schön Schon der Name Schredder Der gefällt mir so doll Ich will den Schredder haben Ich mag Schredder Äh Ich baue mir jetzt einen Schredder Oder auch nicht Denn es fehlt mir Kuppakabel Gut Das nächste was wir bauen Ist ein Schredder Gut Leute Ich würde mal sagen Wir machen jetzt erstmal Ein kleines Folgen Päuschen Und äh Naja Wir haben ein bisschen was Aufgewertet Sagen wir Was hat das hier Kostet Äh Upgrade Achso Gut Machen wir die nächste Ich würde mal sagen In der nächsten Folgen Ist ja eh Horde Und in der Zwischenzeit Bis die Horde ist Werden wir hier unten Alles aufwerten Also so weit wie wir kommen Es wird vielleicht Ein, zwei Steine Kosten Aber Muss ja gemacht werden Ne Sag mal Hab ich nicht eigentlich Auch Für das nächste Mal Ich hatte doch Holz Und alles Was hat hier Genau Ich hab ja Das hier fertig Sag mal Wie sieht es denn eigentlich aus Wendetechnisch mäßig Bevor wir abhauen Wisst ihr Ach nicht wirklich Bretter fehlen uns Es fehlen uns Bretter Ich wetter Uns fehlen Bretter Gut Wir werden uns in der nächsten Folgen ein paar Bretter besorgen Dann werden wir oben Die Etage Ein bisschen machen Dann werden wir hier unten Ein bisschen das aufwerten Und dann ist Horde Ist ja auch was War Also Ich bin erstmal raus Äh Ich hoffe Dann Ich hoffe Bis dennne Tschüss.